Stellt euch mal vor, ihr seid mit eurer Ehepartner oder Ehepartnerin auf einen Raumschiff. Ihr könnt ja nichts anderes machen, ihr könnt ja nicht in die Disco gehen oder sonst was. Ihr könnt ja noch nicht mal einen Ego-Shooter spielen, weil bis die Daten beim Server ankommen, ist das Match schon zu Ende. Ja, ist schon schwierig. Schach kann man spielen oder irgendwas Rundenbasiertes. Das würde gehen. Aber in Echtzeit kann man schon mal vergessen. Da ist es. Ja, und dann hat man einen Ehepartner oder Ehepartnerin da. Tag ein, Tag aus, eingezwinkt in eine Konservendose, mehrere Jahre lang. Ich glaube, da könnte sogar die beste Ehe dran kaputt gehen. Wenn man sich nicht mal zwei, drei Minuten irgendwie aus dem Weg gehen kann. Ja. Da ist es. Bewegungsmangel, Psychologie. Bewegungsmangel lässt sich noch einigermaßen kompensieren. Das geht. Zwar nicht on the top, aber naja, ein bisschen Kompensation ist möglich. Es gibt ja diese Vibrationsplatten und alle möglichen Fitnessprogramme, die man auch schon heutzutage im Weltraum ausübt, aber Knochenschwund und Muskelschwund existiert trotzdem. Der ganze Metabolismus stellt sich um. Gibt dann halt doch diverse Änderungen, ne? Naja. Naja. Aber naja, so ist das. Und was gibt es noch für ein Problem? Nahrung. Nahrung. Schieß mal zwei Jahre Nahrung oder drei Jahre Nahrung mit hoch. Hat alle die Wicht. Kann man machen. Hier oben Nahrung produzieren. Ja. Sprich, man futtert hauptsächlich Sojasprossen oder sowas. Das wächst noch schnell. Wasser recyceln und aufarbeiten ist kein Problem. Das ist easy. Das ist erprobte Technologie, die funktioniert. Ja, aber Nahrung. Jeden Tag Sojasprossen ist auch jetzt nicht so der Hammer. Algen könnte man auch noch machen. Wächst auch schnell. Ist schnell zu inkubieren. Wird heutzutage auch gerne gemacht. Ist im Prinzip ein Nebenprodukt der Technologie. Ich stelle mal schnell Sauerstoff her. Hätten wir da auch noch eine Möglichkeit, den Sauerstoff aufzubereiten. Ja, lecker Algen. Sojasprossen. Ah, Hammer Ernährung. Da muss man gucken, dass man noch ein bisschen was anderes an Ernährung rankriegt. Eieieiei. Auch nicht so lustig. Also man sieht, das sind doch durchaus noch Probleme, die hier und da zu lösen sind. Alleine jetzt ist schon mit den Zielstrebigkeiten zum Mars zu reisen. Das ist ja ein One-Way-Ticket. Also man kann sich ja da bewerben. Dann sagt man, ja, das ist ein One-Way-Ticket. Ich kann damit leben, dass ich die Erde nie wieder sehe. Hier gibt es ja durchaus legitime Gründe, warum man nicht mehr zur Erde will. Man ist ein Massenmörder. Hier hat es zum Beispiel ein legitimer Grund. Oder man hat einen, naja, man kann mit der Menschheit generell nicht. Ja, ach neuer Grund. Oder man mag das ganze Grün nicht sehen. Also man mag die Pflanzen nicht. Wäre auch ein guter Grund, auf den Mars zu gehen. Ja, da wächst ja nicht so viel. Joa, mehrere Gründe fallen mir noch, glaube ich, nicht ein. Okay, man ist neugierig. Man will wissen, was woanders los ist. Ja, das wäre so ein ideeller Grund. So nach dem Motto, oh, guck mal, der will mal was wissen. Ist ja auch durchaus möglich als Grund. Oh ja. Aber so ist es. Wow. 266 Kilobytes pro Sekunde. Das ist im grünen Bereich. Hat sich wirklich eingependelt. Keine Ahnung, warum das so übel war, der Pendelbereich. Kann ich euch echt nicht verraten. Aber jetzt funktioniert es. Das ist so mal wieder ein ganz lustiger Ding in der Welt. Warum? Keine Ahnung. Ist so. Muss ich erstmal so akzeptieren, ob ich will oder nicht. Aber es funktioniert. Ja, das ist die Hauptsache. Ah, ja, einen schönen Regen-Funk-Verkehr haben die Curbles hier. Was die da am Quatschen sind, das ist der Hammer. Na, die haben halt ein bisschen Heimweh. Müssen sich unterhalten. Kann man auch verstehen. Würde ich ja auch machen. Na, was haben wir jetzt? Noch 250 Tage. Da sehen wir. T plus 9 Jahre. 88 Tage und so und so viele Stunden. Wow. M-E-T? Aha. Achso, das ist dann, wenn ich hier... Ja, ich verstehe. Ja, da kann man halt die Zeit sehen. 19 Jahre sind die schon insgesamt unterwegs. Das ist eine Mission, ne? Da finde ich dann immer so interessant. Ich habe ja damals so gerne auch Serien angeschaut. Star Trek. Ja, kennt der eine oder andere bestimmt. Und bei Star Trek war es ja nochmal so gewesen, da ist man mit Warp-Geschwindigkeiten geflogen. Ja, da haben wir ja wieder Probleme mit Lichtgeschwindigkeit und so. Aber selbst, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, braucht man ja auch etliche Jahre, um mal hier oder dorthin zu fliegen. Ja? Das ist es ja, ne? Das Reisen zwischen den Sternen wird dann, also von einem Stern zum anderen, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da ist man doch noch ein bisschen mehr unterwegs. Ein bisschen mehr ist gut, da ist man eine ganze Weile unterwegs. Und ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt die äußeren Planeten als erstes mache. Weil die inneren Planeten, die gehen ja nachher schneller. Das geht alles nachher schneller. Aber die äußeren sind ja eine Hausnummer. Das heißt also, wir machen jetzt gerade Joule. Dann nehmen wir den hier außen. Den ganz kleinen. Und dann geht es wieder nach innen. Das heißt, wir machen dann hier. Dann bin ich am überlegen, ob wir hier nochmal vorbeigehen, hier den Mond besuchen. Ah ne, haben wir ja gemacht. Quatsch, brauche ich ja nicht mehr machen. Das heißt, wir können gleich nach einem inneren Planeten. Jo. So, wir haben 94 Tage. Das heißt, wir kommen der Sache langsam näher. Spannend. Es kommen bei der Sache wirklich langsam näher. Alter Vater. Wer hat da her, ihr sang es ein. Das heißt jetzt, die ganze Zeit war die Mannschaft, wenn sie mal aus dem Fenster geguckt haben, haben sie nicht großartig gesehen. Sterne haben sie gesehen. Okay. Die Sonne haben sie auch gesehen. Jo. Aber das war's. Viel mehr kann man nicht sehen. Und jetzt kommen sie langsam in die Verlehenheit. Etwas anderes zu sehen. Und das ist da vorne. Hm? Joule. Weiß gar nicht, ob man den auf der Entfernung schon sieht. Das ist eine sehr gute Frage, die sich gerade stellt. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Muss ich nämlich gerade mal selbst gleich mal überprüfen. Wobei vorne ist ja auch ein bisschen Blödsinn. Der ist ja nicht hier. Wir sind hier. Der ist erst dort, wenn wir den ungefähr hier sind. Da. Dann ist der dann da. Jetzt ist er ja noch dort. Ja? Versteht schon, was ich meine. So. Time Warp ist komplett. Aber ich möchte noch mal ein bisschen Time Warpen. Das heißt, äh. Ich möchte genau hier hin warpen. Das sind jetzt sechs Tage und ein paar zerquetschte. Das kriegen wir ja noch mal locker hin. Das kann man ja noch mal hinnehmen. So. Lassen wir ihn mal ranruppen. Gut. Ihr guckt ja mal nach, wie es da war in Braun geht. Ist noch alles dran. Haben wir Massenstabilität. Ist ja immer so eine Sache. Manchmal, ähm. Ist Kerber Space Programm ein bisschen komisch. Ich habe nämlich zwischendurch zum Beispiel mal reingeguckt. Und da habe ich folgendes Problem gehabt. Dass dieses Teil hier vorne einfach abgebrochen ist. Ich habe keine Steuerung gemacht und kein gar nichts. Und das ist einfach vorne abgebrochen. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Aber manchmal, äh. Ist Kerber Space Programm ein bisschen komisch. Damit meine ich jetzt nicht, haha, komisch. Sondern einfach so komisch in den Gründen, äh. Dass ich es nicht verstehe, dass es so komisch ist. So. Wir wollen mal nachschauen, wo ungefähr jetzt Yul steht. Wir sind hier. Das heißt im Prinzip, Yul ist jetzt Richtung Prograde. Wir gucken gerade Richtung Prograde. Das heißt, dass Yul irgendwo in der Richtung ist. Wir werden mal schauen, ob er schon da was... Ja. Da sehen wir. Da vorne ist er. Der ist tatsächlich sehbar. Wir schalten mal um auf die E-Wave von... Jebediah. Das ist Tissa. Da ist er Jebediah. Wir schauen mal auf die E-Wave-Cam. Wow, wir kommen richtig schön sauber an. Das hat echt gerade so ein bisschen was von, ähm... Ja, wir präsentieren euch mal Yul. Sollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen rankommen. Oh, tatsächlich. Wir können sogar... Das ist ja gerade richtig geil, die Einstellung. Die hat ja gerade was. Guckt euch das mal an. Wir können hier nicht nur Yul sehen. Also hier, das Giftgrüne da vorne. Nein. Wir können sogar zwei seiner Begleiter sehen. Da sind sie. Zwei fette Monde. Und auf diese Entfernung müssen die Monde wirklich fett sein. Damit man die sieht. Und Yul selber ist auch ein riesengroßes Ding. Da sehen wir es. Ein riesengroßes Ding. Ich glaube, wir sehen sogar noch den dritten Monde. Hier vorne flackert was davor. Kann natürlich jetzt sein, dass das wegen der Textur was ist. Oder ob das auch wirklich was ist da vorne. Das kann ich jetzt nicht so eindeutig wirklich beschreiben. Aber da kann man dann halt sehen, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dann kann man sozusagen sagen, ja, ja, wir sehen wieder mal was. Und da bewegt sich auch was. Man kann da vorne was erkennen. Gut, wir gehen mal wieder raus. Ich werde sicherheitshalber, und ich kenne das, sicherheitshalber hier nochmal mal eingeben, dass ich Kontrollform hier haben möchte. Weil meistens, wenn ich drinne war, habe ich das Problem, dass ich meistens hier rumdümpel. Gut, wir werden uns auf ein Manöver vorbereiten. Dieses Manöver hat es ja eigentlich ganz gut in sich. Und zwar möchte ich, dass wir an dieser Position, das ist in 72 Tagen. Wow. In 72 Tagen dort vorne Retro-Gate brennen. Und ich werde mal schauen, dass wir das Ganze in dieser Position machen. Wir machen nochmal Set als Target. Dass wir uns kurz vorher, das wäre an dieser Position, hinworpen. Und jetzt fängt er wieder an zu ackern. Und während er jetzt ackert. Haben wir das Vergnügen, ja da kommt er langsam näher, da sieht man es. Diese gut 70 Tage hinter uns zu bringen. Ja, 70 Tage, gute zwei Monate. Zwei Monate, Wahnsinn. Man hat den Planeten gesehen, ist dann nochmal zwei Monate unterwegs. Also wie gesagt, zwei Monate haben wir gesehen. Wir sehen, dass er aber vier hat. Da sehen wir es. Gut zu erkennen. Der eine ist sehr nah dran. Kann sein, dass es vielleicht dieser gleich kleine Grafikpunkt gesehen war. Wäre möglich. So, wir sind angekommen. Jetzt passiert folgendes. Ich möchte SRS haben. Ich möchte ACS haben. Und möchte Retro-Gate. So, und wir bewegen uns jetzt Retro-Gate. Warum mache ich auch ACS an? Ganz einfach, die Van Braun hat so viel Masse. Wenn ich da nur mit den SRS rummache, das ist ein Witz. Das bringt nicht wirklich viel. Und deshalb möchte ich das Ganze hier natürlich dementsprechend etwas flotter drehen. Das ist ja verständlich. Das will man dann ja schon so mal machen. Gut, ich will mal nachschauen. Ich werde mal was probieren jetzt. Ob ich das jetzt sauber überprüfen kann nochmal. Oder ob dann die Frame-Rate in den Keller geht.